so halli hallo hallöchen zusammenrufe hier schön dass ihr wieder reinschaut herzlich willkommen zum dritten teil unseres unboxing unpacking zumindest von den ersten 20 stickertütchen haben wir hinter uns jetzt geht es ans große einkleben diesen stoß habe ich da das werde ich mal alles einkleben und ich habe natürlich auch noch die stickers aus dem heft wobei sagen muss die sind ganz ganz schlecht gedruckt die gefallen mir nicht die haben irgendwie so pigment fehler seht ihr das da hat es doch tatsächlich einige stellen aus dem bild raus gerupft die sind nicht so schön also die würde ich nur nehmen wenn ich keine anderen stickers mehr habe oder wenn ich sie nicht doppelt habe also die lege ich mal auf die seite jetzt geht es mal hier um diese stickers die werden wir jetzt mal hier in diesem video einkleben und wenn ich damit fertig bin werde ich mich wieder melden dann schauen wir uns das album noch mal durch wie viel habe ich voll was fehlt mir noch und wie sieht das ganze aus so dazu knall ich mir jetzt ein kopfhörer auf die birne haben wir eine gute musik rein und euch wünsche ich viel spaß beim zuschauen ich werde das ganze natürlich ein bisschen in zeitraffer laufen lassen damit sich allzu lange dauert viel spaß beim zugucken beim mitfiebern und gute unterhaltung und gut und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächster, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020